Und herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einem weiteren Part von Call of Cthulhu, wo ich mich, nachdem ich unglaublich knapp der wütenden Meute entgangen bin, die mich alle tot sehen wollen, wegen diesem bekloppten Orden, oh mein Gott, ich gehe hoch, was ist jetzt los? Aha, ein Schlachthaus? Scheiße, hm, was mache ich dann? Das Ding leuchtet verdächtig auf. Oh, ah, ich verstehe. Komm, schneller, jetzt muss ich da, glaube ich, reinhopfen. Ah! Ja? Ja? Ja, ich glaube auch nicht. Wirklich? Aber wollt ihr das wissen? Eine Geisterhand hat den Block entfernt. Oh mein Gott. Verdammte Kacke. Vielleicht war das wirklich nicht so schlau. Was ist hier? Oh, oh, oh. Da, ein Ventilator, was muss ich machen? Wo muss das denn mit der... Ich stecke dich da rein. Komm, ich will das da reinstecken oder irgendwie sowas. Fuck it. So. Alter, was ist das denn? Leute. Oi. Ah. What the hell? Wie... Wie... Warnung. Schmerz ist mir der Unterlieg dem Betäubungsmittelgesetz. Nein, der Schmerz ist aber mit großer Vorsicht zu verwenden. Oh, fuck. Ja? Äh, was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Komm, komm. Krieg weiter. Du schaffst es. Irgendwann. Angriff der Fischwesen. Hm. Okay. So, jetzt bin ich hier in der Kanalisation. Nicht gerade der schönste Ort hier, aber ich... Aber immerhin hoffe ich hier nicht auf diese ekelhaften... Oh, wow. Nein, warte. Ich bin gespannt. Meine Sicht ist nicht gerade die beste. Was war das? Mein Gott. Was zur Hölle ist all diese Sachen? Ich weiß gar nicht. Wie, was? Ich kann sie hören, sie kenne mich. Ja. Okay. Ich sollte nie hierher kommen. Hey! Oh mein Gott. Erstmal sprechen. Oh. Oh mein Gott. Was ist das hier? War das wirklich so... Oh, was will... Was? Irgendwas ist hier. Ja. Irgendwas ist hier. Und ich möchte auch nicht unbedingt wissen, was es ist. Ein oldes Metallkabinett. Es ist empty. Bis auf das Medi-Pack. Was zur Hölle ist das? War das wirklich so eine gute Idee? Ich höre jetzt ein paar eklige Geräusche von der Seite da. Ja. Was ist das? Hm? Was ist das? los. Not open. Ah, geil. Ich verstehe nicht wirklich, was ich hier machen muss, aber okay. Hm. Geile Kloake. Was, wenn ich das so mache? Ist da ein Weg. Aber die Kloake möchte ich nicht unbedingt durchschwimmen. Ganz ehrlich nicht. Vielleicht, wenn ich beides hier zumache? Okay. Ekelhaft. So, mein Gott. Wie mache ich das hier? Vielleicht, wenn ich beide Ventile schließe? Hm. Jetzt rumort es nicht mehr so ekelhaft, aber es ist immer noch da. Okay. Willst du da nicht rein? Hm. Und was soll ich dagegen machen, dass es mit Slime besudelt ist? Naja. Es wird sich nicht öffnen. Leider nicht. Und jetzt? Ach, komm. Sei nicht so ein Weichei. Hüpf rein. Du kannst nicht rein. Hüpf. Ach so. Okay. Und was soll ich dagegen machen, bitteschön? Du Experte. Meine Güte. Was soll ich hier eigentlich machen? Was ist, wenn ich... So, da ist jetzt wieder Wasser drin. Ah. Dann mache ich das Ventile dazu. Hier ist also Dreckswasser, da ist Sauberwasser. Okay. Woher sollte ich das wissen? So, jetzt aber. Okay. Jetzt kommt mir so ein Riesenviech entgegen. Was wär's doch jetzt? Oh, oder ich geh in eine Leichenhöhle Oh Leute, ihr seid ja so amüsant Bin ich jetzt hier in eine Opfergrube? Was zur... Was zur... Wo bin ich? In Gefängnis? Hirnanstalt? Beides? Zusammen? Ja, hallo Und jetzt? Ja Ach, eine Leiter Oh mein Gott Mein Gott Oh mein Gott Ja, ja Lauf einfach weiter Oh Ein Medipack Ich kann kein Medipack mehr aufnehmen? Wieso nicht? Was ist hiermit eigentlich? Was ist hiermit eigentlich? Oh, ich könnte mal vielleicht eine Bandage benutzen Okay Und ich bin ja voll drin So, hab ich wieder ein paar Bandagen Ah, eine Falltür Ich liebe Falltüren Oh, ich bin ja voll Oh, ich bin ja voll Oh, ich bin ja voll Ich weiß nicht, warum die noch am Leben ist Aber sie ist es Nicht Es sind alles eine Illusion Oh, Spinnen Spinnen Ich glaube nicht, dass ihr Hilfe Hilfe, ihr wollt mich fressen Was ist zur Hölle Oh, fuck Oh, fuck Das war eine verdammt dämliche Idee Ganz ehrlich Ah Shit Ah Ich glaube, ich werde jetzt mal speichern Und dann Und dann Irgendwann Wieder Wenn ich wieder bereit bin Dazu irgendwas hier zu bewirken Werde ich damit auch weitermachen Und dann verabschiede ich mich Vergiftet, wie ich bin Auf Wiedersehen